Wenn wir wirklich sagen, wir machen das und das hier noch weg. Ach, guck mal. Was denn? Sehr schön. Weil wir haben doch hier unten die Dinger weggemacht, ne? Da hab ich doch gerade gesagt, in der Mitte aufmachen, dann läuft alles raus, genau. Während den kommen wir hier ran. Das einzigste, was ein bisschen nervig ist, ist irgendwie, dass das Zeug hinten ins Wasser fällt, ne? Wo hinten? So, äh, ins Meer. So. Ins Meer fängt so aus, ich kann das denn gehen. Äh, ja, wir haben doch hier nur die, die Half-Steps, ne? Hinten, hinter unserem Rücken. Ja, und? Da kann man so. Ja, da ist was, da ist hier das Zeug schön durchgefallen. Ich hab auch ne schlechte Stelle gefunden, die auf den Ding drauf, da oben, da haben wir das mit über dir quasi. Okay. Du Scheiße. Hörst du das? Die schießen sich gerade alle gegenseitig ab. Ingebräuchten wir da. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich sterbe. Mach mal auf, mach mal auf, mach mal auf, mach mal auf, ich komm. Irgendwo, hier. Ah, Scheiß geht's. Ah, mach hier zu. Geht nicht, wenn du vor mir stehst. Oder wenn das Skelett hier drin steht. Äh. Jetzt gucken wir aber nicht mehr raus, du hast zugebaut, ne? Ja, da müssen wir halt über uns eins aufmachen. Oder seitlich so. So, mittlerweile 38 Level. Bin nur bei 27. Irgendwie hätte ich gerade so das... Oh, ich seh grad, ich muss, ich hab ein großes Bedürfnis nach Hause zu gehen. Weil die muss doch was da gut machen. Äh, ja, der Helm, der springt gleich. Das wär hier ein teurer Spaß. Lass dich dabei mal kurz ein bisschen alleine leveln. Ich hoffe, du kommst klar. Oben ist ja noch nicht offen richtig. Das müssen wir noch nicht aufmachen, na, oben. Ja, ich muss meine Rüstung reparieren zum. Ja, ja. Mach mal. Komm mal ja, mein Schuss. Oh nein, ich bin schon wieder reingefallen. Nein, nein, nein. Warum? Müssen wir auch sagen, dass wir nochmal rauslassen? Äh, eigentlich nicht mehr. Okay, ich mach hier. Ich versuche alleine hier rauszukommen. Den kommen keine zwei Sekunden aus den Augen. Bin schon wieder draußen, alles gut. Wofür hab ich eigentlich umgedreht? Eigentlich nicht. Ach ja, wofür denn? Ach, nix, passt schon. Außerdem könnte ich glaube ich mir wieder meine Taschen leeren. Wie findest du denn die Rüstung? Bei der Rüstung ist, äh, ganz gut. Fast kaputt. Fast kaputt, ja. So, komm, flieg mal schnell an mein kleines Chocobo. So, ich seh schon die Plattform, bei der wir waren. So in den ersten Folgen. Ähm, wo wir, oder wo ich, äh, sehr, sehr unterm gestürzt bin. Hm, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Oh. Oh, mcdonald, herrde Farm. Hier, hier, ho. In this farm, der spawned Skeletts. Hier, hier, ho. Ja, klar, schieb mir einfach runter, du Blöde. Alter, hier dring ich jetzt ab. Ja, das glaube ich. So, wir hätten die ganzen Spinnenspawner abbauen sollen, weißt du? Äh. So, wär, wär vielleicht eine Maßnahme gewesen, ne? Aber, äh, ja. Das einzigste, was an dem Spawner noch ein bisschen, oder an der Mockfalle noch ein bisschen unangenehm ist, ist, dass sich das Wasser immer wegdreht, ne? Dass der Stein hinter dir hinbauen. Ja, und was ist, wenn ich kurz vorm Sterben bin? Weil ich kurz vorm Sterben bin, dann komme ich nicht mehr ran. Ja, genau. Ich muss ja nicht sagen, ne? Aber alleine von dieser Farmerei hier, die fliegt schon wieder fast voll. Wo haben wir jetzt noch irgendwas in den Taschen, nachdem wir eh durch noch kleine Rucksäcke haben? Keine großen, ne, ja, ja, ja. Ich würde mir gerne einen Bogen mitnehmen. Ich muss mal gucken, haben wir da noch was anständiges? Oh, jedes Mal wieder, ey. Wo kommt ihr denn her? Wieso kommt ihr da hinten da raus? Was habe ich denn da gebaut? Äh, nachts, ne? Ja, ja, habe ich gesehen. Gehen wir uns einmal hier. Wieso ist das hier hinten noch offen? Haben wir nicht das zugebaut? Nee, haben wir nicht. Okay, gut. Ich weiß nicht, was du hier zugebaut hast und was nicht. Äh, so. Ein, sechs Pfeile mitnehmen. Sollte passen. Und jetzt meine Rücken hier verzaub... äh, wieder reparieren. Vielleicht vielleicht gleich ein paar Level, aber ich würde mir lieber Feueraspekt. Aber Feueraspekt ist eigentlich völlig unnütz. Da die Monster ja hier, ähm, im Wasser sind, ne? Ja, die sind immer so. Hast du gut erkannt, Junge mal Padawan. Oh, nicht so wieder so ein Harbinger. Ich dachte, das kommt ja auch um mich zugesprungen. Ey, mein Mann, Mann, ey. Ich bohren sich doch eh weg, wenn ich so schlachten will. So, dann hätten wir schon mal wieder das. Kann ich da vielleicht noch so... Geht nix mehr. So, Level wieder ausgegeben. Zum Reparieren wahrscheinlich. Zum Reparieren und dass ich auf mein Schwert, ähm, noch ein Sharpness mit draufhauen konnte. Ich glaube, einmal Unbreaking. Ich bin jetzt schon wieder am Weg. Okay. Ich bin doch am Wiederaufmachen und am Umbauen, aber... Weißt du noch nicht, oder wie? Der ist noch nicht offen oben. Achso, und du meinst, die sammeln sich da oben noch, oder wie? Ja, ja, klar. Das heißt, äh, einer von uns muss jetzt gleich wieder hier Mops töten und der andere macht auf, oder wie? Ich, im Moment, klärt euch drumherum und mach mal alles von der Seite auf. Klappt. Ich brauche grad wieder Baumaterialien. Dann kann ich das machen. Ich hab nix dabei. Ja, ich sammle mal wieder, grad aus dem zweiten Turm. Oh ja. Können wir ja machen, ne? Nachdem der E draufgegangen ist. Ja, aber man gönnt sich ja sonst nix. Das war Absicht, die wussten ja auch, was die Baumaterialien brauchten. Ja, natürlich. So, ich seh unsere Insel. Oh, meine Schuhe sind fast geputzt, sehe ich gerade. Und meine Brust auch und meine Hose auch. Ich muss auch so gleich unbedingt weg. Hm, kannst du ja dann auch gleich machen. Ich mach das auch jetzt direkt. Das wäre nicht gut. Bist du schon wieder da, oder was? Gut, ich bin dann weg. Oh, Komet. Kannst ja suchen gehen. Über den Wolken. Da sind die Chocos. Guck mal, hör ich den doch. Ach da. Wie Komet, oder was? Ding. Level. Auch wieder so ein Harbinger. Komm her, komm her, komm her. Der hat mich gerade auch schon genervt. Komm her. Komm her. Ich hab Sharpness 5. Du kriegst Auer. Oh, der macht aber mir auch Auer. Ja, die Harbinger sind gar nicht mehr so schlecht, ne? Was lebst du noch? Wer, ich? Deine Axt lebt, äh, seine Sense lebte noch. Die wollte mir ans Leder. Ja, hatte ich vorhin auch. Riftspinne. So, trau ich mich jetzt da oben rein. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir müssen nochmal irgendwann in den Rift, ne? Das war Rift. Die Hölle müssen wir noch. Da haben wir schon noch ein bisschen was zu tun. Ja. Wenn wir uns die XP-Fan fertig haben und unsere Rüstung mal voll verzaubert ist, ist natürlich doof, dass es so weit weg ist. Ja, aber mit unserem Chocobo geht es ja relativ fix, ne? Schon wieder, Kometo. So. Autschen, Autschen, Autschen. Vergiftet, vergiftet, vergiftet. So, von der Seite komme ich aber irgendwie nicht mehr rein, stelle ich fest. Wo kommt ihr denn alle her? Ja, es ist Nacht. Es ist irgendwo klar. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Autschen, Fausen, bitte. Wir haben gar keine Retour mehr, oder? Äh. Ähm. Ja, ja, du hast schon wieder alles irgendwo reingeschaut, ich weiß. Mumble! Ich glaube, der nimmt sich sicherlich nochmal Zeit, wenn ich ihn frage. Aber ich habe da schon so ein schlechtes Gewissen, ne? Wieso? Weiß nicht. Wie repariere ich das denn jetzt? Einfach auf R. Reinziehen und R drücken. Geht nicht. Achso, ich brauche 42 Level. Äh, nee, du musst erstmal eine kleine Verzauberung drauf machen. Achso. Okay. Da heißt, du kannst dir Unbreaking 1 drauf machen. Das habe ich vor. Dann steigern wir das immer wieder ein bisschen. Das muss erstmal Zauber sein, damit man es reparieren kann. Sehr voll blöd. Ich habe keine Level mehr, um meine Schuhe zu reparieren. Sehr schlecht. Und jetzt? Muss ich mir andere Schuhe anziehen so lange. Aber, aber. Ich hatte doch vorhin noch irgendeine Schuhe. Hab ich die irgendwo reingepackt. Das sieht scheiße aus. Gut. Autschen, Autschen. Brauchen wir ein bisschen Dreck. Ich nehme ein paar Blöcke mit hier zum Bauen. So. Ich komme dann wieder zurück. Krass. Es wird eh wieder Tag gerade. Ah ja, Zeit wird es. Geschlafen haben wir schon. Weiß ich nicht, wie viele Nächte nicht mehr hier ist. Ach, völlig egal. Schlafen ist wie im echten Leben. Schlafen wird überbewertet. Ja, wie im echten Leben. Ich sag's dir. Ach ja. Wisst ihr, liebe Zuschauer, der Blaze hat so unmögliche Aufnahmezeiten. Wir haben jetzt gerade 2 Uhr 12 nachts. Oh, mit Giftschaden kann man nicht springen. Und dann will der noch bis 3 Uhr aufnehmen. Naja, ich ne. Rarig. Jetzt war ich gerade oben und fliege sofort wieder runter, weil mich eine Giftspinne hittet. Da ist ein Krokodil. Das haben wir noch nie gesehen. Ein Pinguine. Diese Spinne da drin, die geht mir sowas von auf den Senkel. Sterb. Ach, dieser Sonnenaufgang ist so schön. Und auf einmal war ein Berg vor mir. Auch gut, oder? Ja, ja. Mein Beobachter, den Sonnenaufgang und zack, knallt man vor dem Berg. Habe ich jetzt, ich habe doch hier gerade ein bisschen Dreck abgebaut, so. Warte mal, eigentlich könnte ich doch hier, zack, zack, zack. Nein, das geht nicht, Blaze. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. so hallo rein da mit ihr attacke 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 ich bin gerade im dungeon was muss man da drin in der schaufel wird das ganze viel schneller gehen aber leider nicht der im moment der hand da war was postmäßiges gehört zu oben oder unten oder wo bist du oben die plattform weg das ist alles weg aus aber ich muss noch eins ab oben hast du zugemacht ja das müsste jetzt wieder alles ich bin wieder das nervigste gerade nur nur spinnen da ohne brust spinn ist ja drin geil ha Das Problem, du hast schon recht an deinen Spinnen, ist auch, ähm, die Spinnen netze, ne? Naja, schade ist die Stimme, weil du da nicht gegen das Wasser anspinnen kannst.